Yo Vortex, RRB Raccoon Rack Battle Qualifikation 2014 Leute fragen mich, wie ich überhaupt auf Rap kann Ich sag so, da der Link geht drauf, checkt man Diesen einen Racken, Spasten da Der hat doch rein gar nichts auf dem Kasten, Mann Schreibe ein paar Lines, hat zwar kein von Popka Doch fürs Raccoon Rack Battle reicht's doch locker Mit der Niederlage im NAP haben sie mich nicht hergekriegt Eure Runden langweilig, ich bin fast eingedrückt Angefangen bei ProcDig und seinen Wie vergleichen Mit deinem Wortschatz wirst du mich nie erreichen Sie bist blinder Maskenidiot Achtung, jetzt wird's nie Modus, deine Mutter stinkt wie Kot Wolf, hast du nix aus der NAP-Blamage gelernt Checkst du's nicht, dass du dich immer weiter entfernst Von dem war's nicht richtig, Zeit der MCs ausmacht Aber ich bin mal wieder der, der dir hier das ausmacht Von dem war's nicht richtig, Zeit der MCs ausmacht